. . . Das war's für heute. Mrs. Zocom sammelt keine Coupons. Sie sammelt Opfer. Nein, Zocom braucht keine Boots. Er bekommt Taschengeld. Taschengeld fürs Zerstören. Nicht schlecht, Mrs. Zocom. Mr. Zocom braucht keine Boots. Er bezahlt mit Schmerzen. Gute Schoss, Nukatsu. Das war's für heute. Wir brauchen dein Zimmerhafenplan zu erkommen. Kleiner Scherz, erledige die blöden Aliens. Die Scherz, erledige die Scherz, erledige die Scherz, erledige die Scherz. Erledige die Scherz. Erledige die Scherz. Erledige die Scherz, erledige die Scherz. Erledige die Scherz, erledige die Scherz. Erledige die Scherz, erledige die Scherz, erledige die Scherz. Erledige die Scherz. Erledige die Scherz, erledige die Scherz. 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 Ist doch eine ganz neue Waffe, oder? Verkäufer mit noch mehr Super-Waffen für dich. Ha, ha, ha. Verkäufer mit noch mehr Super-Waffen für dich. Verkäufer mit noch mehr Super-Waffen für dich. Okay. Was wohl da drinnen ist? Waffen, Bowls, Juwelen. Ich hab mal einen Container mit einem Weltraum Piraten gefunden. Tja, in dieser Galaxie weiß man nie. Klein Zurkon kommt nach seiner Mutter. . 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 Gleich so können man klein sein, aber er ist gefährlich. Du bist so gut wie dein Vater. Oh, noch ein paar... Ah, sehr gut. Oh, noch ein paar Jahre. Du bist so gut wie ein Schuss. Das ist so gut. Oh, ich habe ihn nicht. Oh, das ist so gut. Ich habe ihn nicht so gut. Soll ich dich, was du an? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, Mr. Zucan langweilt sich mit Wehknollen. Okay, Mr. Zucan langweilt sich mit Wehknollen. Bitte sehr, mein Kleiner. Flieg zurück zu deinem Freund. Wir sollten unsere Belohnung bei dem Schmuggler abholen. Hey, da bist du ja. Du hast den Vogel gefunden. Vielen Dank. Hier ist deine Belohnung. Jetzt reden wir über deinen neuen Anteil. Halbe, halbe plus Späß. Einen klitzekleinen Moment mal. Das ist kein Anteil. Ich mache die ganze Arbeit. 70, 30. Und ich das Denken. Halbe, halbe. 60, 40. Du kriegst kein... Du scheinst genug Gravitanium. Nur über meine Leiche. Oh, ich weiß, wo du schläfst. Oh! Hm, okay. Halbe, halbe. Abgemacht ist abgemacht. Abgemacht ist ab, halbe. 2011 2019 2018 Interesse Leg swatches. Abgemacht ist abgemacht. Nein, Zurkorn braucht keine Wunsch. Er bekommt Taschengeld. Taschengeld fürs... ...zerstören. Mrs. Zurkorn muss dich schnell vernichten. Sie muss um vier zum Pilates. Sie muss ihr in die Streiches geschaut? Sie muss ein Siege sein. Sie muss ein Siege sein. Sie muss ein Siege sein. Sie und sich aus der Zeit schützt immer noch. Sie muss ein Siege sein. Sie müssen eine Klicke spielen. Sie sollen ein Siege sein. Sie müssen ein Siege sein. Sie können die Siege sein. Die Streichung zurückkommen. Sie müssen verlassen. Er ist eine Liste, die Mischung zu sagen. Sie müssen ein Siege sein. Der youther ist nicht das. Sie können es nicht einschätzen. Gemeinsam vernichten, schweißt eine Familie zusammen. Gehaut! Gehaut! Mischte Zugrann ist gelandet! Gehaut! 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 Mr. Zucon zu und wird viel zu schnell groß. Mr. Zucon braucht keine Balls. Er bezahlt mit Schmerzen. Er bezahlt mit Schmerzen. Er bezahlt mit Schmerzen. Nur noch zwei Schlüssel und wir sind im Geschäft. Er bezahlt mit Schmerzen. Du bist wirklich ein Naturtalent. Er bezahlt mit Schmerzen. Er bezahlt mit Schmerzen. Er bezahlt mit Schmerzen. Das war's für heute. Gesten? Du verschwendest mich zur Zukunftszeit mit Gesten? Gesten? Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Du hast einen weiteren Teil des Readerplans? Finde noch die hästlichen vier! Entspanierulous sind die Tatsache gezogen hat. Zurkon ist wie eine Sturmflut aus Schwerz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Verkäufer mit noch mehr Superbutton für dich! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier ist ein Safe-Schlüssel, den ich gefunden habe. Schätze, ein cleverer Abenteurer wie du könnte den gut gebrauchen. Hallöchen, Partner! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Gut gemacht, Partner! Wirklich gut! Du hast alle Schlüssel gefunden! Kommt zurück und lasst uns dieses Ding öffnen! Sieh mal einer an! Geld und Preise! Heu, grundgütiger Zoni, war es da drin dunkel! Danke, Freund! Du hast mich gerettet! Dafür will ich mich revanchieren! Soll ich dir eine RIDA-7-Superwaffe bauen? Bring mir einfach alle Teil des Holoplans und ich mache dich im Nu zum Retter der Galaxie! Die Pläne dürften im ganzen Sektor verstreut sein! Ah, ich brauche leider alle Teile des Plans, bevor ich dir deine Superwaffe bauen kann! Sieh mal ein, ich brauche! Sieh mal, ich brauche! Sieh mal, ich brauche! Du hast es fast geschafft. Nur noch drei Teile des Plans. Dann kann ich die tollste Waffe im ganzen Universum bauen. Die Flasen sind in der Flasen.